So, grüßt euch ihr Gestalten und ein, ja, herzliches Zu einem neuer Schmand, in dem wir heute quasi verzapfen Versteht's? Verzapfen Ha! Okay, wurscht Jetzt natürlich nach Weihnachten und nach, naja, nach dem ganzen schönen Feiertag kommt natürlich der ganze Schneescheißdreck auf einmal runter wo man jetzt natürlich am meisten braucht, gell Und was fällt jedem normal denkenden Menschen ein, wenn er einen Haufen Schnee sieht? Ja, logisch, ein Schneemass Außerdem haben mir auch einige Leute einmal angeschrieben und gefragt Ja, ich soll's einmal in einem Video quasi erklären, weil es gibt echt ohne Scheiß immer noch bayerische Wirtschaften Da bestellt man, da ordert man quasi ein Schneemass und die schauen ja wie am Bagger Ja, die sagen dann so Sachen wie, was ist ein Schneemass Und dann, bevor man halt denne fachgerecht quasi das Lokal zerlegt Erklärt mir's ihnen halt einmal noch anstandsweise Dann zückt's einmal alle Bleistift und Papier und einen Maßkrug Bei einer Schneemass fängt man natürlich an mit einer Maß Also mit einem Maßkrug Dass er sauber sein sollte, das muss ich glaube ich nicht erwähnen Oder? Na ja Wenn ihr einen Dreckharten nehmen wollt, dann ruhig zu, aber den könnt ihr selber saufen Jedenfalls füllt man den Krug mit 0,5 Liter, also quasi ja mit einer halben weißen Limo Schaut's mir nicht komisch an, aber das kommt leider echt rein Danach kommt ungefähr, also um den Daumen gepeilt, ein Viertelliter Korn rein Also der Schnaps, nicht der Mais Das Ganze wird aufgefüllt, am besten so, dass natürlich nichts überläuft, war ja ein Schmarrn Mit einem Vanilleeis Ja, klingt komisch, ist es auch Auf jeden Fall die Kugel Eis ein bisschen vielleicht umrühren, damit sich das mit dem Getränk darunter vermischt Und das Ganze wird serviert mit mehrere dicke Strohhalme Wichtig nochmal, da ja da hochprozentiger Alkohol drin ist Bitte euch, dass nur die volljährigen Mongos unter uns dieses Getränk verzehren Weil bei der falschen Dosierung kann das Zeug manchmal ganz schön hinterfotzig sein Also Trink, wie heißt es, Responsibility, also halt nicht so viel Ja, das war's im Großen und Ganzen eigentlich Also es ist vielleicht nicht so vielfältig wie ein Gasmaß Schmeckt aber trotzdem gar nicht mal so schlecht Ah genau, und wenn's ihr vielleicht noch irgendwie andere Techniken, Möglichkeiten oder Varianten Von der Schneemass habt, bitte nur drunter schreiben Ich freu mich über jede Idee oder jedes Rezept Weil so ist bei uns bekannt und ich bin mir sicher, das ist nicht überall genauso Uh garage hola ops is alles alles is alles kirsch